Hallo zusammen, ich bin Fabian, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe heute das erste Mal ans Knabelschiessen. Schon mal geschossen? Ich war im Schützenverein mit Pistolen. Es war super, ich habe sich schon gewöhnt von der Pistole. Ein kleiner Ausrutscher hatte, aber der letzte Schuss ist wirklich perfekt mitgegangen. Ruhig bleiben, es ist kein grosses Ding, auch wenn man es noch nie gemacht hat. Es macht Spaß. Ja, super, ich habe 29 Fink geschossen, der eine habe ich ein wenig abgerissen und ein Rührer. Aber ich hatte einen super Instruktor, der mir alles tiptop erklärt hat. Ich kann jetzt ab und an einem Gabentisch mir etwas aussuchen. Ich bin gespannt, was es dort gibt. Ich komme jetzt gerade vom Gabentisch und habe mir ein cooles Sackmesser aussuchen. Ihr seht, es lohnt sich, ich komme auch ans Knabelschiessen. Ich bin gespannt, was er, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was er! Vielen Dank.